Mein heutiger Gast im BfG-Journal ist Frau Mag. Gabriele Hackl. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und sie ist Vordringende am legendären Oberla Seminar. Ich darf gleich einmal gratulieren, weil die beiden Seminartage in Wien in Austria Center waren wieder sehr, sehr, sehr gut besucht und ich werde heute auch in meinem Gespräch Sie zu Themen des Seminars fragen. Fangen wir gleich an, Sie haben am Vormittag übernommen den Part Immobilien. Da geht es um Anschaffungskosten, Nutzungsdauer, Immobilienertragssteuer, Fünfzehntelabschreibung. Wo sind hier die größten Probleme? Also ich denke, im Bereich der Immobilien ist die wichtigste Fragestellung wahrscheinlich die Aufteilung der Anschaffungskosten bebauter Grundstücke. Da war es ja bisher so, dass gemäß den Einkommensteuerrichtlinien eine Aufteilung von 80-20 vorgenommen werden konnte, also 80 Prozent Gebäude, 20 Prozent Grundvermögen. Und der Gesetzgeber hat jetzt neu normiert, dass diese Aufteilung nicht mehr 80-20 ist wie in den Einkommensteuerrichtlinien, sondern nur mehr 60-40, also demnach 60 Prozent auf das Gebäude entfallend, 40 Prozent auf das Grundstück entfallend. Und das wohlgemerkt nicht nur für neu angeschaffte Liegenschaften, sondern leider auch für bereits im Besitz der Steuerpflichtigen befindliche Liegenschaften, also in die Vergangenheit zurückschauend. Und diese 60-40-Regelung, die es im Gesetz gibt, dazu gibt es auch eine sogenannte Grundanteilverordnung und die sieht doch gewisse Erleichterungen vor. Also Erleichterungen dahingehend, dass nicht strikt diese 60-40-Aufteilung vorzunehmen ist, sondern dass es auch noch 70-30 oder sogar auch noch alte 80-20 Fälle geben kann. Also doch auch irgendwo ein bisschen einen Ausweg oder ein bisschen eine Verbesserung. Und diese zur Frage, wann kann man jetzt, wann muss man 60-40 anwenden, wann 70-30, wann 80-20, da sieht diese genannte Verordnung drei Parameter vor. Und das eine ist, wie groß ist die Gemeinde, in welcher sich dieses Grundstück befindet. Das andere ist, wie viele Einheiten hat das Gebäude, also Wohn- oder Geschäftseinheiten. Und das letzte Kriterium ist, welchen Preis hat das Bauland, auf dem sich dieses Gebäude befindet. Und bei diesen drei Kriterien, die ersten beiden sind ja ganz einfach. Also Größe der Gemeinde, das ist das Kriterium mehr oder weniger als 100.000 Einwohner. Das lässt sich leicht festmachen. Mehr als 100.000 Einwohner haben wir derzeit fünf. Das ist Wien, das ist Linz, das ist Salzburg, das ist Graz und Innsbruck. Also in diesen fünf Städten, das sind große Gemeinden oder Großstädte, wenn man so will, da gibt es definitiv keine 80-20 Aufteilung mehr. Das heißt, da gibt es nur noch 60-40 oder 70-30. Und da muss man dann darauf abstellen, wie viele Wohn- und Geschäftseinheiten hat dieses Gebäude. Also so weit, so leicht in der Großstadt. Aber, und jetzt kommt dieses dritte Kriterium, dieser Baulandpreis ins Spiel. Der Baulandpreis ist immer dann zu ermitteln, wenn man außerhalb einer Großstadt ist. Also wenn man außerhalb dieser von mir genannten fünf Großstädte ist, muss man den Baulandpreis ermitteln. Und man muss feststellen, ist der Baulandpreis in meiner Gemeinde mehr oder weniger als 400 Euro je Quadratmeter. Die Regelung liest sich leicht. Aber woher nimmt man denn das? Ich weiß nicht, in welcher Gemeinde der Preis mehr oder weniger als 400 Euro ist. Sie werden es auch nicht wissen. Man wird vermuten, in Gemeinden wie Kitzbühel zum Beispiel, so eine klassisch teure Gemeinde. Na, da wird er schon drüber sein. Aber in jeder anderen x-beliebigen Gemeinde wird man dann nicht so leicht tun und wird man nicht aus dem Bauch heraus sagen können, naja, ist das 400 Euro, jetzt ist man da drüber oder drunter. Und macht das daher eine Auswirkung, ob ich 70-30 oder gar 60-40 als Aufteilungsverhältnis anwenden muss. Und welche Quellen würden Sie für den Baulandpreis empfehlen heranzuziehen? Na, empfehlen oder heranzuziehen. Zunächst einmal dachte ich mir, man nehme das Gesetz und schaue dort, was der Gesetzgeber denn vorgesehen hat. Und die überraschende Antwort ist, er hat gar nichts dazu vorgesehen. Also weder das Einkommensteuergesetz noch diese Verordnung, die es dazu gibt, in dieser Verordnung, wo dieser Preis von 400 Euro genannt ist. Und dann gibt es eine Info aus dem BMF. Da wird es genannt, dass man einen Immobilienpreisspiegel auch aus einer Wirtschaftszeitung oder aus Wirtschaftszeitschrift nehmen kann oder wählen kann. Und was ist da gemeint? Welche Wirtschaftszeitschrift veröffentlicht jährlich die Immobilienpreise? Na, das ist die Zeitschrift Gewinn. Also ohne hier Werbung machen zu wollen. Wir haben mit dem Gewinn keinerlei Verbindungen oder Vernetzungen. Aber das wäre laut BMF der geeignete Immobilienpreisspiegel. Und der wird einmal im Jahr veröffentlicht, immer im Mai jedes Jahres. Also jetzt haben wir aktuell Mai 2017. Das heißt, ich nehme an, im aktuellen Heft, vielleicht auch im Heft des Vormonats, ist dieser Immobilienpreisspiegel dingfest gemacht. Am Vormittag war dann noch ein weiteres Thema, Registrierkassen. Da ist ja nun die Schonfrist mit 1.4.2017 vorbei. Wie erleben Sie den Umstieg in der Praxis? Ambivalent, schwierig. Also bei einem Teil der Unternehmer ist es sicherlich angekommen, an der Registrierkasse führt kein Weg vorbei. Und oft, ich weiß nicht, ich erlebe es ganz immer wieder, wenn ich essen gehe oder wenn ich irgendwo bin, dann schaue ich immer, bekomme ich einen entsprechenden Beleg. Ist da ein QR-Code drauf? Und in vielen Fällen habe ich doch den Eindruck, dass das alles ganz gut klappt. Aber man muss auch sagen, es gibt ganz viele Fälle. Dann kommt noch dieser berühmte Blog, wo der Kellner dann die Zahlen aufschreibt, Strich drunter addiert und sagt, macht 27,90 Euro. Das gibt es auch noch. Oder es gibt irgendwelche Zettel, da steht vorläufige Endabrechnung drauf. Oder das ist nur eine Tischabrechnung. Gibt es nach wie vor auch noch. Aber ich denke, von der Grundtendenz, das Erfordernis der Registrierkasse ist angekommen, da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten weitestgehend auch bei allen durchsetzen und bei allen realisiert werden. Weiteres brisantes Thema war im Smenauela Kontenregister. Ich kann mich daran auch sehr gut erinnern, denn Sie haben bei diesem Vortrag zum Kontenregister, haben Sie das Podium verlassen und sind zum Rednerpult vorgegangen und haben begonnen mit den Worten, ich glaube, so sinngemäß, manche Themen sind besser stehend vorzutragen. zugegeben, Kontenregister betrifft uns alle. Jeder Staatsbürger, die Staatsbürgerin ist davon betroffen. Wie wird sich das in der Praxis zeigen? Na ja, die Praxis läuft ja noch nicht so lange. Dieses Kontenregister ist jetzt im Oktober letzten Jahres online gegangen, also im Oktober 2016. Seit diesem Zeitpunkt hat man die Möglichkeit, dort hineinzuschauen. Ich sage jetzt bewusst untechnisch hineinzuschauen. Und zwar jeder kann seine eigenen Konten abrufen. Dazu braucht es nur einen Finanz-Online-Zugang, den kann sich ja jeder lösen. Das heißt, jeder Bürger, egal ob es Steuerzahler oder nicht, jeder Bürger, der ein Konto hat, kann in dieses Kontenregister hineinschauen und feststellen, welche Konten sind denn da gespeichert. Die Information ist allerdings eher dürftig, ist vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt. Es sind wenige Daten drinnen. Es sind nur technisch gesprochen die äußeren Kontendaten drinnen. Das heißt, man kann abrufen, Name des Kontoinhabers, welcher IBAN, BIC natürlich dann auch, also bei welcher Bank ist dieses Konto. Aber man kann nicht erkennen, welchen Kontostand dieses Konto hat. Man kann nicht erkennen, welche Kontenbewegungen es gegeben hat auf diesem Konto. Das heißt, man kann nur sagen, wenn ich meine eigenen Konten abrufe, dann steht Gabriele Hackl, hat die Konten bei der Bank A, bei der Bank B, bei der Bank C mit der zugehörigen Kontonummer, also mittels IBAN. Und das ist es dann. Und nur wenn man weitere Informationen möchte, dann müsste man dann noch tiefer hineinschauen. Also soweit, wenn der Staatsbürger in seinen eigenen Konten sieht. Allerdings ist das Zweck des Kontenregisters ja nicht nur, dass der eigene Staatsbürger seine eigenen Konten abruft. Was ich übrigens einmal empfehlen würde, ist ganz spannend, was dann im Konten auftaucht, uralte Sparbücher, die schon hundert Jahre abgelaufen sind. Also es findet sich alles da drinnen. Aber spannend ist es natürlich für die Finanzverwaltung, da in dieses Kontenregister abzurufen. Und dafür wurde natürlich auch das Bankgeheimnis durchbrochen. Das geht natürlich nicht ohne Durchbrechung des Bankgeheimnisses. Und da gibt es aber die gesetzliche Bestimmung, dass die Finanzverwaltung nicht jederzeit da hineinschauen sollte, sondern dass es nur in gewissen Fällen macht. Also nur dann, wenn sie wirklich die Information vom Steuerpflichtigen selber nicht erlangen kann. Wenn das angemessen ist, wenn das zweckmäßig ist, also im Gesetz relativ genau definiert, wann darf sie hineinschauen. Und nicht nur aus Jux und Tollerei rufen wir mal schnell ab, was die Herren Müller, Mayer und Huber da an Konten haben oder besitzen. Und da kommt schon meine nächste Frage, denn Kontoeinschau. Es gab im BFG schon einige Anträge zur Bewilligung der Kontoeinschau. Möchten Sie dazu schon etwas sagen? Kann man durchaus, ja. Also ich habe vorher gesagt, dass die Konteneinsicht nur diese äußeren Kontendaten umfasst. Das heißt auch für die Finanzverwaltung relativ wenig an Information. Interessanter ist es ja zu sehen, was ist auf dem Konto ein- und ausgegangen unter dem Titel Steuerbetrug eindämmen und vermeiden? Da möchte die Finanzverwaltung hineinschauen. Auch hier nun unter ganz restriktiven gesetzlichen Bestimmungen natürlich zulässig. Insbesondere auch ein starker Rechtsschutz. Dieser Antrag auf Konteneinschau muss bewilligt werden. Sie haben es angesprochen vom BFG, vom Bundesfinanzgericht. Der muss bewilligt werden und da gibt es einerseits formale Kriterien, die da erfüllt werden müssen und andererseits inhaltliche. Und seit Oktober 2016, also in einem relativ langen Zeitraum, hat es bisher nur fünf Anträge auf so eine Kontenöffnung, auf eine Konteneinschau gegeben. Und von diesen fünf Anträgen interessanterweise ist nur ein einziger bewilligt worden. Also sehr, sehr wenig, überraschend wenig, wirklich nur einer bewilligt. Bei den anderen vier, die nicht bewilligt worden sind, waren es im Wesentlichen formale Kriterien, die da nicht beachtet worden sind. Also zum Beispiel ein ganz leichtes Kriterium. Dieser Antrag auf Bewilligung beim BFG darf nicht vom Betriebsprüfer unterfertigt werden. Der muss vom Leiter der Abgabenbehörde unterfertigt werden. Und ein Fall kam eben zum BFG, wo der Betriebsprüfer unterschrieben hat. Und dann ist klar, das wird dort abgewiesen. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Antrag, der bisher nur von Betriebsprüfer unterschrieben war, dass der natürlich relativ schnell zum Leiter der Abgabenbehörde geht, dort ordnungsgemäß formal unterfertigt wird und dann eben noch einmal an das Bundesfinanzgericht herangetragen wird. Wir werden die Entwicklung beobachten. Finanzverwaltung ist sicher lernfähig, was das betrifft. Ja, aber sicherlich ein ganz spannendes Thema, ob man damit wirklich Steuerbetrug eindämmen kann und ob das damit wirklich eine Verbesserung der Steuerzahl, Moral bei den Staatsbürgern auslöst. Das glaube ich nicht wirklich, aber es soll so sein, wir werden damit zu leben haben. Das ist ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. Zu einem anderen Thema, zum Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetz. Da gab es im Juni 2016 Änderungen. Was haben diese Änderungen gebracht? Was ist Wesentliches davon? Also dieses Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetz, das ist jetzt ein eigenständiges Gesetz, also seit letzten Jahres im Sommer. Da hat es früher schon viele Bestimmungen gegeben, die in unterschiedlichen Gesetzen verstreut waren. Also im Wesentlichen ist es eine Bündelung unterschiedlicher Gesetzesbestimmungen in einem formalen Gesetz. Das ist einmal das Formale dazu. Inhaltlich ist die zentrale Botschaft immer noch, dass Unterentlohnung von Arbeitnehmern strafbar ist. Und das hängt dann ab vom Ausmaß der Unterentlohnung. Aber das ist strafbar und auch, glaube ich, ganz wichtig, um eben einzudämmen, dass Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Österreich entsendet werden, typisch aus dem ehemaligen osteuropäischen oder aus dem osteuropäischen Staaten, dass die billig nach Österreich kommen, da billig arbeiten, verrichten. Da ist auch vorgesehen, dass auch bei Arbeitskräfte Entsendung nach Österreich die österreichischen kollektivvertraglichen Bestimmungen anzuwenden sind. Und das ist sicherlich ein ganz guter Schritt, dass man eben dieses billige Arbeitskräfte ausleihen oder bestellen nach Österreich, dass man das ein bisschen unterbindet. Ja. Ich möchte mit sozusagen den Überblick zum Oberlehrseminar beenden und möchte jetzt noch fragen in Ihrer eigenen Kanzlei. Welche Aufgaben, Tätigkeiten, was ist da Ihr laufender Betrieb? Vor allem auch Ihre Probleme im laufenden Betrieb. Laufender Betrieb. Als Gesellschafter oder Geschäftsführer beschäftigt man sich naturgemäß nicht mehr mit normaler Buchhaltung oder Lohnverrechnung oder ähnlichen Dingen. Das heißt, wir sind eine relativ große Kanzlei, einige Mitarbeiter, da werden die Arbeiten von diesen Mitarbeitern erledigt. Aber die Aufgabe, meine Aufgabe ist es dann natürlich, die Arbeiten zu kontrollieren und immer dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, mich selber persönlich einzubringen. Und wo gibt es Probleme? Im Wesentlichen bei Betriebsprüfungen. Also das ist eine Arbeit, die nicht ein Mitarbeiter abwickeln kann, sondern die Besprechungen mit Klienten, mit den Betriebsprüfern. Also ich meine es nicht, dass Belege sammeln und diese Dinge, sondern dann wirklich die Besprechungen, wo es zur Sache geht, wo man sagt, was ist rechtens, was gibt es an Steuernachzahlung? Und da ein bisschen, ich sage mal, den Ausgleich zu schaffen, was wollen die Klienten, was kann man davon durchbringen, was will der Betriebsprüfer? Und die sehen gewisse Dinge naturgemäß anders. Dass die Klienten nicht dieselbe Meinung haben wie der Betriebsprüfer, liegt klar auf der Hand, aber da ein bisschen ausgleichend tätig zu werden, die unterschiedlichen Interessen doch ein bisschen zusammenzubringen und damit ein Besprechungsklima zu schaffen, das für beide Seiten konstruktiv ist. Sehr schön. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, auch zu Ihrer beruflichen Tätigkeit. Mir ist aufgefallen, in der Vorbereitung zu diesem Interview war ich sehr beeindruckt, dass Sie nach dem Studium nicht in Familienunternehmen eingestiegen sind, sondern Sie haben zuerst in zwei sehr großen, sehr bekannten Beratungsunternehmen gearbeitet. Wie kam es dazu? Haben Sie sich dafür bewusst entschieden? Ganz bewusst. Ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, direkt nach dem Studium in die väterliche Kanzlei einzusteigen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach für mich selber wissen, ich kann es auch in einer fremden Kanzlei schaffen. Ich wollte nicht damit leben, naja, das ist ja nur die Tochter des Geschäftsführers, das ist nur die Tochter des Chefs, die hat eine Sonderstellung, die wird da immer ganz speziell behandelt, sondern ich wollte einfach wissen, kann ich es woanders auch schaffen, kann ich auch woanders meinen Weg gehen? Und habe eben dann in anderen Steuerberatungskanzleien zuerst die Ausbildung zum Steuerberater gemacht. Dann habe ich Kanzlei gewechselt. Dort habe ich dann die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer gemacht. Und dann erst mit doch schon einigen Jahren an Berufserfahrung habe ich gesagt, gut, jetzt kann ich den Schritt in die eigene Kanzlei wieder machen. Ich habe mir selber bewiesen, dass ich es woanders auch schaffen kann. Und jetzt kann ich beruhigt in die eigene Kanzlei gehen, ohne dieses Ding zu haben. Na ja, die Tochter des Eigentümers, die macht sich sehr leicht, die setzt sich da ins gemachte Nest. Sehr schön. Ich glaube, das kann unsere Leser und Leserinnen sehr gut nachvollziehen, wenn man als Junger nach dem Studium diese Entscheidung trifft. Wir kommen schon zum Abschluss zu unserem Word-Rap. Ich fange an. Mein Ziel für heuer ist, die Seminare, die wir erfolgreich vor vielen, vielen Jahren begonnen haben, weiter zu treiben. Das sind die Seminare einerseits im Frühling, andererseits im Herbst, da die hohe Qualität halten zu können. Sehr schön. Das größte Vergnügen für mich ist? Sport zu betreiben. Nach der Arbeit irgendwo Sport zu betreiben, laufen zu gehen, schwimmen zu gehen, in ein Fitnesscenter zu gehen. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Mein letztes Buch, das war eines von einem dänischen Autor, der heißt Jussi Adler Olsen. Das war ein Thriller und das ist für mich so ein herrlicher Ausgleich zu dem vielen Lesen von Fachliteratur, dass ich da einen Thriller lese, teilweise fiktiv, teilweise real, aber wirklich eine sehr spannende Sache, da kann ich mich stundenlang eingraben. Wunderbar. Und welche Persönlichkeit würden Sie gerne kennenlernen? Persönlichkeit? Ich würde gerne mal den ehemaligen amerikanischen Präsidenten kennenlernen, also nicht den jetzt Amtierenden, der würde mich gar nicht interessieren, sondern ich würde gerne Barack Obama kennenlernen. Verständlich. Und was machen Sie nach der Arbeit? Nach der Arbeit Ausgleich suchen, treffen, mit Freunden, mit meinem Mann etwas unternehmen, Sport betreiben, wie ich schon vorher sagte, also wirklich einen Ausgleich zum täglichen Sitzen im Büro zu schaffen. Sehr schön, herzlichen Dank und alles Gute für die kommenden Seminare. Danke, ebenfalls herzlich.